Auf diesen Moment haben die Brückenbauer im Gottläubertal lange gewartet. Endlich ist sie da, die Verbindung zwischen Viehleite und Kohlberg. An dessen Ostseite wurde am Dienstag verbunden, was zusammengehört. Der markante rote Vorbauschnabel traf auf sein Gegenstück, das sogenannte Widerlager. Die Gottläubertalbrücke ist damit an ihrem Zielort angekommen. 1700 Tage nach Baubeginn. Das ist natürlich äußerst emotional, weil wir haben jetzt 916 Meter geschoben. Wir sind seit eineinhalb Jahren dran an dieser ganzen Tätigkeit. Der Endpunkt ist jetzt erstmal erreicht. Die Brücke sitzt jetzt zumindest von der Länge an der Stelle, wo sie hin muss. Wir müssen noch mal ein bisschen abgesetzt werden um 1,50 Meter. Das wird uns auch noch mal ein halbes Jahr beschäftigen. Aber erstmal ist die Brücke da, wo sie hin soll. Und das ist ein tolles Gefühl. Die neunte und zugleich letzte Brückenwanderung wollte Gerhard Bellmann unbedingt hautnah erleben. Mit seinem Doppelfernglas biehlt der Pirna alles im Blick. Arbeitsschritt für Arbeitsschritt, Verschubzentimeter für Verschubzentimeter. Den großen, finalen Augenblick wollte der Senior auf keinen Fall verpassen. Es sind nur um, was hier für technische Leistungen gezeigt werden. Man ist da überfordert. Also leider sage ich, weil so im Bau, wie das überhaupt funktioniert, alles so kann man nicht verstehen. Die Ankunft des Brückenkopfes am Kohlberg zog noch mehr Menschen in ihren Bann. Auch Ingolf Hertrich und Dirk Illichmann zählten zu den Schaulustigen. Die beiden Görlitzer waren extra angereist, um das Spektakel zu verfolgen. Das ist nicht alltäglich. Wenn schon noch mal so die großen Aktionen gebaut werden, noch gebaut werden, was schon sehr, sehr selten ist, kann man sich das schon noch mal ansehen. Wir sind nahe von Boxpark. Wir haben da das eine oder andere schon mitbeobachtet, was damals gebaut wurde. Und wir sind halt mal wieder begeistert. Die große Euphorie vom Dienstag darf über eines nicht hinwegtäuschen. Die Ende 2018 begonnene Errichtung der Gottläubertalbrücke verlief insgesamt schleppend. Unvorhersehbare wie hausgemachte Probleme verzögerten die Bauzeit um etwa drei Jahre. Das wiederum ließ die Kosten dramatisch steigen. Diese Jahre waren sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Wir haben uns von vielen Sachen überraschen lassen müssen. Wir haben die gelöst alle. Das hat Zeit gekostet, das hat Energie gekostet. Manchmal auch ein paar schlaflose Nächte. Aber man sieht ja, wir haben es letztendlich hinbekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber die Brücke ist auch was Einmaliges hier. Und da muss man das einfach mit akzeptieren. Abgeschlossen sind die Arbeiten an der Gottläubertalbrücke Indes noch nicht. Auch in den kommenden Jahren wird hier am größten und kompliziertesten Bauabschnitt der 3,8 Kilometer langen Südumfahrung weiter gewerkelt. Die jetzige Lage ist nicht die Endlage, sondern das ist die Baulage. Die ist 1,50 Meter über der Normalhöhe, über der Sollhöhe, weil da die Taktschiebelager drunter sind und andere Hilfskonstruktionen. Also wir werden jetzt bis zum Jahresende den Überbau schrittweise in 30 Zentimeter abschnitten, 30 Zentimeter schieben und dann auch über alle elf Achsen absenken. Im kommenden Jahr sollen dann die Pfeiler mit dem abgesenkten Überbau verbunden werden. Final folgt der Straßenbau auf der Brücke. Und dann sind wir guter Dinge, dass wir dann Ende 26 die Strecke insgesamt vom Sonnstein bis zum Anschluss A17 dann in Betrieb nehmen können. Bis die Südumfahrung Pirnas staugeplagte Innenstadt tatsächlich spürbar vom Durchgangsverkehr entlasten wird, geht also noch einige Zeit ins Land. Den Weg dahin werden Gerhard Bellmann, Ingolf Hertrich und Dirk Illichmann mit Sicherheit weiter aufmerksam verfolgen.